Noah, herzlich willkommen bei uns in Bielefeld. Dritte Liga statt Bundesliga. Warum? Ich habe einfach super Gespräche gehabt, habe wieder richtig Bock Fußball zu spielen und freue mich einfach wieder die Möglichkeit zu bekommen Fußball zu spielen und von daher super Möglichkeit, Gelegenheit für mich. Ibiza oder Norwegen Urlaub? Norwegen Urlaub. Die schnellste Geschwindigkeit, die bei dir gemessen wurde, weißt du das? Müsste ich auch nachschauen, aber ich glaube irgendwas um die 36 noch was. Rap oder Rock? Rap. Und was da so? Alles Mögliche eigentlich. Ich habe da nichts Spezielles, aber wenn ich mich für was entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall den Web wählen. Wie kannst du uns weiterhelfen? Ja, ich hoffe, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann. Mit meiner Geschwindigkeit natürlich auch, Zielstrebigkeit und mal schauen. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, die Mannschaft kennenzulernen. Wir sind auch gespannt und freuen uns auf dich, Noah. Herzlich willkommen. Danke.